Ich heiße Simone Mack und bin Psychotherapeutin. Hallo ihr lieben, ehrlichen, humorvollen, mutigen und authentischen Menschen der Aktion, alles dicht machen. Was ihr gerade erlebt, ist eins der Phänomene unserer Gesellschaft, dass nämlich sogenannte Killer-Phrasen in der Kommunikation salonfähig geworden sind. Killer-Phrasen, die einschüchtern sollen, die euch mundtot machen, die euch beschämen und in die Rechtfertigungsecke drängen sollen. So etwas wie, sind sie so naiv, sie spielen der rechten Ecke zu, den Corona-Leugnern, den, ja, was auch immer, Aluhüten. Mein Gott, sind wir alle verrückt geworden. Ich habe mich so über eure Aktion gefreut, habe endlich mal wieder gelacht und habe seit langer Zeit das Gefühl gehabt, wieder normal zu sein. Vielen, vielen Dank für eure Aktion. Danke für den Stein des Anstoßes. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.